Grüß euch liebe Freunde, ja ich begrüße euch ganz herzlich zum gemeinsamen Einstellen, zur gemeinsamen Kraftaufnahme. Schön, dass alle wieder da heizt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ja, achte mal auf unsere Gedanken. Alles, was wir denken, kommt zu uns zurück, das Gute wie das Böse. Und jetzt wollen wir erst einmal alles abgeben. Wir bitten Bruno Gröning in unsere Mitte. Und gehen wir an alles, was uns belastet. Das Böse, das Ungute, das Schlechte, das Negative. Die Unruhe, den Stress, Ängste, die unbewussten Gedanken. Macht es euren Körper leer. Und ich mache das sowieso, wenn ich mir denke, jetzt habe ich alles abgegeben. Dann fange ich nochmal an. Dann gehe ich nochmal in meinen Körper rein. Und schaue, ob nicht noch irgendwas da ist. Weil ich möchte ja alles loswerden. Und vielleicht macht es das auch mal. Wenn es wirklich meint, ich habe alles abgegeben, jetzt ist es erledigt. Dass es nochmal nachschaut. Ja, und dazu gibt es jetzt eine schöne Musik. Und ihr könnt es euch Zeit lassen. Und alles unserem lieben Freund Bruno Gröning geben. Danke. 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 Ich fühle mich also, wie will ich sein? Mein Gedankenkarussell dreht sich und ich wühle mich allzu oft in diesen Kreislauf ein. Es ist mir im Kopf so schwer Ich kreise, wühle immer weiter Fühl mich dann wie im Kreisverkehr Nur ohne Ausfahrt, nicht so heiter Ein unentwirrbares Gedankengewimmel Nimmt mich gefangen ganz und gar Sieh nicht das Grün, sieh keinen Himmel Denk nicht mal, dass ich Kreise fahr Dann manches Mal, nur wie ein Blitz Ein kleiner, unscheinbarer Gast Ein guter Gedanke nimmt von mir Besitz Husch dann vorbei, nimmt mir die Last Ganz plötzlich kann ich wieder sehen Mein Kopf wird plötzlich wieder klar Die Ausfahrt rechts, wäre die nicht schön Ich fahre raus, wie wunderbar Wie schön, ich kenne nun den Kot Der diesen Kreislauf unterbricht Er kann mir helfen in der Not Und seine Einfachheit besticht Ja, ich finde das einfach wunderschön Weil Gedanken werden Wirklichkeit Und wir können aus diesem Gedankenkarussell aussteigen Und zwar indem wir diese bösen Gedanken Oder die ratterten Gedanken Unserem Freund Bruno Gröning geben Und schon sind wir aus dem Kreislauf draußen Danke Ja und ich möchte euch heute Von meiner ersten großen Hilfe Mit Bruno Gröning erzählen Und zwar, es war im Februar 2018 Und da war ich ungefähr drei Monate Im Freundeskreis Und da durfte ich eine wunderschöne Hilfe erleben Und zwar Ich fahre immer recht gern zum Schwimmen Nach Bad Wimsbach, Neiharting Und das ist ein Kurbad Und da sind nie Menschen Also man ist dort meistens für sich allein Das ist klein und fein Und so habe ich das auch an einem Sonntag Im Februar 2018 gemacht Und als ich beim Eingang reingehe Da habe ich einen kleinen Rollstuhl gesehen Und dann habe ich mir so für mich gedacht Hey, das ist ja toll Ein Kind mit Behinderung Also man sollte ja nicht sagen Behinderung Sondern mit Beeinträchtigung Aber ich glaube, ihr wisst es, was ich meine Das darf auch schwimmen gehen Und ich habe mich recht gefreut Und als ich von der Umkleide rauskehme Richtung Hallenbad Da habe ich ein Kind bitterlich schreien gehört Nicht nur weinen, schreien Und für mich war das klar Das ist dieses Kind Zu dem der Rollstuhl gehört Und es war wirklich so Es war ein Junge Zehn, zwölf Jahre alt Also man hat es schlecht schätzen können Auf den Armen seines Vaters Und er hat geschrien Und geschrien und geschrien Und die Mutter ist nebenher gegangen Und der Vater Er hat aber gesungen Von krummen Bananen Irgendwas Er wollte ihm halt eine Freude machen Und er hat es halt recht lustig gemeint Nur dem Kind war das einfach Vollkommen egal Und das Kind Es hat immer, was ich gesehen habe Der Junge hat immer die Augen zu gehabt Und er hat geschrien und geschrien Und dann sind die aus dem Bad rausgegangen Zu den Liegen Und da muss man ein paar Stufen hoch gehen Und ein paar Stufen wieder runter Und der Vater ist voraus Und die Mutter hat dann das Kind gehabt Und hat immer einen Fuß nach dem anderen Nach vorn geschoben Und die andere Hand Die hat es an seiner Stirn gehabt Und das Kind hat geschrien Und geschrien und geschrien Und in dem Moment Ist mir der Bruno Gröning eingefallen Also ich war damals noch nicht so verbunden Mit dem lieben Bruno Und ich habe unter Wasser Nur die Hände aufgemacht Und habe nur gesagt Bitte Bruno, hilf Und in diesem Moment Ist das Kind immer ruhiger geworden Und ruhiger Und sie sind dann da zu der Liege rausgegangen Das habe ich dann nicht mehr gesehen Auf jeden Fall Ich habe das Kind nicht gehört Und nach einiger Zeit Sind sie wieder ins Wasser gekommen Das Kind hat nicht mehr geschrien Es war wieder auf den Arm vom Vater Der Vater hat wieder Von den krummen Bananen gesungen Die Mutter ist nebenher gegangen Und dieser Junge hat so Ja so ganz lustige Geräusche von sich gegeben So glucksende, lustige Geräusche Und ich habe halt immer gesehen Dass er immer seine Augen zugehabt hat Wenn es ich gesehen habe Und als die Familie bei mir vorbeigeht Macht dieser Junge die Augen auf Schaut mich an Und lächelt mich an Und da habe ich gewusst Bruno Gröning gibt es Und Bruno Gröning hilft Und das war für mich unwahrscheinlich schön Und ich bin dann heimgefahren Und eine Woche später Wieder am Sonntag Bin ich wieder zum Schwimmen gefahren Und war sicher im Eingang Den kleinen Rollstuhl Und ich war natürlich schon neugierig Weil ich mir gedacht habe Na jetzt bin ich mal gespannt Wie es dem Kind geht Und ich bin in die Ungleide Und komme raus Und dann kommt mir die Familie Am Flur entgegen Und die Mutter hat die Füße Also der hat sich so gefreut Der Vater über das Kind Und das berührt mich heute noch War das so schön war Ich danke dem lieben Gott dafür Ich danke Jesus Christus dafür Und ich danke unserem Freund Bruno Gröning Für diese Hilfe Danke Der Bruno Gröning hat aber gesagt Dass alles über die Gedanken geschieht Gedanken, das sind Kräfte Die sie verwirklichen wollen Und er hat es verglichen Wie beim Hausbau Erst kommt der Gedanke Ein Haus zu bauen Dann fertigt man einen Plan an Wie das Haus aussehen soll Dann wird das Haus gebaut Und nach einer gewissen Zeit Ist das Haus fertig Genauso verhält es sich Mit den Gedanken Und der Bruno hat außerdem gesagt Dass der Mensch nicht in der Lage ist Selbst Gedanken zu produzieren Sondern dass er nur Gedanken Aus den verschiedenen geistigen Bereichen Aufnehmen kann Man kann sich frei entscheiden Für gute, aufbauende Gedanken Die der göttlichen Kraftquelle entspringen Oder für negative, abbauende Gedanken Die von der satanischen Kraftquelle kommen Ja und je nachdem Liebe Freunde Welchen Gedanken Mir bewusst oder unbewusst aufnehmen Zulassen Sagen wir in der göttlichen Oder in der satanischen Führung Und Bruno Gröning Er riet uns Jeden Gedanken Dahingehend zu überprüfen Ob er es wert sei Aufgenommen zu werden Oder nicht Ja jeden bösen Gedanken Den wir aufnehmen Und nicht bereuen Und nicht von uns weisen Den müssen wir einmal In die Tat umsetzen Und drum ist es so wichtig Liebe Freunde Dass wir unsere Gedanken Kontrollieren und beherrschen Und jetzt habe ich über Gedanken aufnehmen gesprochen Und ihr werdet euch vielleicht wundern Dass ich den Ausdruck gebraucht habe Aber es ist so Die Gedanken Jede Sekunde Schwirren sie in unserem Kopf herum Und die sind nicht von uns Wir nehmen die nur auf Wie ein Radiogerät Die Rundfunksendungen aufnimmt Man kann selber bestimmen Ob man gute Gedanken hat Oder böse Ob man die gute Oder böse Sendung Empfangen will Denn das Was wir wollen Nehmen wir auf Und so ist es auch Mit den Gedanken Und der Bruno Gröning Hat gesagt Der Mensch handelt Nach seinem Willen Wie der Wille So der Gedanke Der Gedanke Bewegt den Menschen Zur Tat Und ich wiederhole Liebe Freunde Jeden Gedanken Den sie aufnehmen Und nicht wieder Durch ehrliche Reue Von sich weisen Den müssen sie einmal In die Tat umsetzen Ob sie dann wollen Oder nicht Ja und entscheiden wir uns Für Krankheitsgedanken Ärger Und dann sind wir in der Aufbauenden Göttlichen Führung Dann kann uns der Liebe Gott helfen Hinter jedem Gedanken Steht die Kraft Und die Gedanken Haben wir Energie Und die ist stärker Wie Elektrizität Hat der Bruno Gesagt Ein positiver Gedanke Baut uns auf Und ein negativer Gedanke Baut uns ab Und Gedanken Das sind Kraftfelder Mit bestimmten Informationen Und die besitzen Inhalte Aus der göttlichen Oder aus der Satanischen Gedankenwelt Und ich sage es euch nochmal Es ist wirklich so wichtig Was wir für Gedanken Aufnehmen Weil das sind Kräfte Und da habe ich noch ein schöner Satz Von Bruno Gröning Will der Mensch Gute So hilft ihm Gott Will er Böse So hilft ihm Satan Hüten sie sich Vor jedem bösen Gedanken Also was heißt das für uns Weist man die bösen Gedanken Von uns Geben wir es unserem Freund Bruno Und bitten wir sofort Um einen guten Gedanken Und somit haben wir das Böse los Und es setzt sich erst gar nicht fest In uns Weil es wird immer mal wieder Ein böser Gedanke kommen Nur ob wir den aufnehmen Oder nicht Das liegt an uns selber Danke Wir wollen uns jetzt Bittend einstellen Die Rückenlehne hat Pause Schaut auf eurer Sitzhaltung Damit die göttliche Kraft Durch euch gut durchfließen kann Bruno Gröning hat immer Oder hat nie laut geraten Zu bitten Er hat gesagt Verbinden sie sich Jeder einzeln Mit dem lieben Gott Und geben sie ihm Ihre Bitte In der Stille Und er hat auch gesagt Nach dem Bitten Bitte ich sie noch etwas In der Stille Zu verweilen Denn da wirkt die göttliche Kraft Am meisten Und so können sie wieder gesund werden Ja verbinden wir uns mit dem lieben Gott Es ist ja so einfach Wir wissen das doch alle Wir sind ja mit Bruno Gröning verbunden Und oft vergisst man das alles Dass man für uns bitten kann Für unsere Herzenswünsche Und die Gesundheit Verbinden wir uns mit dem lieben Gott Und tragen wir ihm alle Bitten Ganz normal und in Ruhe vor Danke Danke Das hat alles Und dann geht es ja mit dem lieben Gott Und dann geht es ja mit dem lieben Gott Und dann geht es ja mit dem lieben Gott Und dann geht es ja mit dem lieben Gott Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin sehr mit dem lieben Gott verbunden Und für mich ist das ein großes Geschenk, dass ich das machen darf Ja, und zum Schluss noch ein Zitat von Bruno Gröning Um nur einen Gedanken aufzunehmen, braucht der Mensch Kraft, braucht er Energie Und daher muss er erst recht immer dafür sorgen, dass er täglich neue Energien aufnimmt Bruno Gröning Ja, nehmen wir viel Kraft und Energie auf, dass wir wirklich überlaffen, weil wir verbrauchen ja tagsüber wieder viel Ja, ich danke euch für die gemeinsame Kraftaufnahme Ich danke euch, dass ihr da dabei seid Ich danke den lieben Gott, dass ich so geführt bin Und das machen darf Passt's auf euch auf Alles, alles Liebe und Gute Fiat euch Bis zum nächsten Mal.